Ich muss kurz fassen, wir sollen ein bisschen reflektieren, lieber an seinen eigenen Problemen arbeiten, wenn da keiner hat, sich über ein Leben erfreuen. Vielleicht ein bisschen was Positives machen, anstatt immer nur über seine Finger reinzustellen und irgendwas in die Scheiße zu ziehen, um tot davon zu sein. Das ist ein bisschen was Positives machen! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020